Was geht ab Leute, Dizzy White hier und ich kommentiere heute die Auflösung vom 48. Editing Contest und es geht auch direkt los mit Nummer 3 von Realistic Motions mit echt geiler 2D-Arbeit und einfach richtig nicen Edit. Sieht's euch rein? Ich hoffe euch hat Platz 3 gefallen und es geht auch direkt weiter mit dem Entry von Fakes auf Platz 2. Übelst geile Cinematics, haut's euch rein. So und jetzt geht's auch direkt auf Platz 1 vom Flowey. Richtig geiler Chill-Edit, richtig viel Flow. Genauso wollen wir es haben. So, das war's auch schon wieder mit Contest 48 und ich hoffe euch hat er genauso gefallen wie mir. Wenn's der Fall war, dann kommentiert, liked und macht euch gleich bereit für Woche 49, denn der Gewinner wird auch auf meinen Channel gesabwachsen. Ich bin Dizzy White, das war Woche 48. Servus. Ich bin Dizzy White, das war Woche 49, denn der Gewinner wird auch auf jeden Fall geiler. Ich bin Dizzy White, das war Woche 49, denn der Gewinner wird auch auf jeden Fall geiler. Ich bin Dizzy White, das war Woche 49, denn der Gewinner wird auch auf jeden Fall geiler.